Hallöchen und ahoi hoi und ja herzlich willkommen hier zu einem kleinen neuen leckerspielchen das ding nennt sich raft und ist ja grundsätzlich gratis verfügbar aber natürlich sind auch spenden auch herzlich willkommen ja hier sehen wir schon ungefähr wir sind auf einem meer und da müssen wir dinge tun und deswegen nenne ich das mal dinge tun aber kann hier drin keine okay dinge tun so dinge tun create let's go raft ich bin gespannt wie weit wir kommen werden okay wir sind hier auf europa letten und haben einen haken ich verstehe und jetzt so gehen wir baden flatsch also die soundkulisse ist da ist der hei die soundkulisse ist schon mal der hammer der absolute oberhammer so ja da kommt jetzt treibt gut und ich vermute mal wir müssen das eventuell irgendwie mit dem haken sammeln ja tatsächlich okay können wir auch ohne haken wir können auch ohne haken das was ist das denn oh wir haben es verfehlt ich habe den haken zu weit geworfen werfen wir ihn mal nicht ganz so weit aha scrap okay das ist natürlich klar dass metall oben schwimmt das muss schon verdammt salzig sein hier das wasser so da vorne ist noch mehr von dem guten zeug ich dachte mir einfach ich probiere das spiel mal aus vielleicht gibt es dann ja da auch mehr von denn ich glaube man kann da auch ganz ganz tolle sachen machen so her mit dem zeug na da kriege ich jetzt nicht ran okay da kommen noch mehr planks und dann schauen wir mal wie wir craften können so die nehme ich nur mit komme ich da auch noch hin ich möchte nicht ins wasser solange der hai da ist das möchte ich tunlichst vermeiden okay wir können einen sperr machen wir brauchen oh gott da brauchen wir noch wesentlich mehr zeug dafür zum beispiel dieses metal verfehlt kriegen wir es noch nein leider nicht aber immerhin eine plank okay da kommt noch mal eine plank die nehmen wir natürlich auch gerne mit nein ich krieg sie nicht schade da ist metal brauchen wir auch definitiv jetzt gut okay oder kommt jetzt richtig viel metal auf uns zu heavy metal kriegen wir das ohne nein verdammt mich doch ich gehe trotzdem mal schnell ins wasser bevor der hai kommt das war glaube ich knapp ja aber wir haben es geschafft wir haben es geschafft versteht er so blank her metal her so können wir denn jetzt schon können wir denn den sperr machen haben wir brauchen dafür zwei seil können wir seil irgendwie aus fetsch herstellen einmal okay wir brauchen aber zweimal seil dann können wir jetzt ein zweites zeit glaube ich machen jetzt und dann können wir jetzt auch eine späre machen jetzt okay spähe ist glaube ich ganz gut weil wir uns vermutlich auch irgendwann anfangen müssen zu verteidigen da bleiben oder kommt ein dickes fass ich glaube da ist richtig geiler scheiß drin das kommt nicht auf uns zugetrieben okay dann tun wir so so tun ja was wie wir hatten es doch am haken man verdammt ich möchte nicht dass es uns durch die lappen geht ja glück gehabt okay oder kommen noch mal zwei dann tun wir so kann man bestimmt auch irgendwie automatisieren man kann das alles vergrößern und so hat man ja auf dem startbildschirm gesehen so das metal nehmen wir auch mit und okay zwei planks besser als nüscht und jetzt hätte ich gerne den hier noch und das fass nehmen wir auch noch mit bitte oh was haben wir denn hier schönes bin ich mal gespannt ich glaube ja dass man da dann auch noch anpflanzen kann und so weiter und so fort äh was spinnst du na da haben wir jetzt aber Glück gehabt so was können wir denn als nächstes tun ich glaube wir brauchen mal irgendwie auch was gegen den Durst so langsam aber sicher wir brauchen ein Seil dafür brauchen wir auch ein Seil das Seil wo war denn jetzt das Seil hier unten machen wir mal ja wir machen gleich mal ein paar mehr Seile und dann äh machen wir uns das Ding hier können wir den hier auch gleich machen sehr gut und wie schaut es denn ah da brauchen wir noch so einen Becher und vermutlich irgendwo eine Angel habe ich schon gesehen gut dann sind wir doch einmal schon eigentlich schon mal ganz gut ausgestattet ähm jetzt müssen wir das ganze nur noch irgendwie aufbauen so pass mal auf und dich brauche ich auch hier das können wir auch gleich mal da lassen vielleicht so ähm mit R können wir ah ok ja gut das können wir aber mal so stehen lassen und den stellen wir einfach hier hin dann hier füllen wir auf und jetzt wie koche ich oh wir sind erkältet wir haben eine Erkältung das war nix aber vielleicht kriegen wir trotzdem ein Fischi ich warte mal Petri heil sag ich da nur yeah was haben wir da hier schon eine rohe Makrele geil die kochen wir uns doch gleich mal ja ist ja gut ich weiß ich hab äh ich hab Husten und so ist ja gut wir kochen uns doch gleich noch ein bisschen mehr oh da kommt jetzt ein richtiger Schwung geiles Zeug yeah so wo ist der Haken wo ist der Haken so drei Planks nice noch eine Plank und noch eine Plank sehr gut sehr gut sehr gut oh da kommt nochmal ein bisschen schönes Zeug angeschwommen ja so äh dat nehm ich dat trinke ich dat koch ich ab dat nehm ich dat esse ich müssen wir auf jeden Fall noch weitere fangen dann so gleich mal raus mit der Angel hopp schnell beiß einer an damit wir das Zeug einsammeln können jo ja verdammt das war so nix das ja das war zu kurz okay dann halt net jetzt nein zwischendurch gezogen das war mal ein klassischer Fail so wir trinken mal wieder was auffüllen und gleich wieder abkochen dat Ding hier können wir kochen so und wie wie genau kann ich jetzt äh craften und wie kann ich mit das hier erweitern ähm da brauche ich vielleicht einen Hammer für ah ok und dafür brauchen wir dann Ropes ok wir brauchen mehr Fetch kriegen wir es noch? äh nein ich habe vorbeigezogen aber das hier kriegen wir komm und das hier kriegen wir auch sehr gut da kriegen wir auch so allerlei yeah zwei Fetchers oh jetzt habe ich wieder keinen Platz im Inventar äh zack kann man jetzt nicht mehr nicht mehr stacken ok naja man kann ja nicht alles haben ne? so wir trinken wir füllen auf wir kochen wir essen alter äh wo ist er? da ist er aufhören hier meine Fresse so so oh da kommen wieder Fässer oh und Fetch und Plank da vorne ist noch ein Fass ah yes got it sehr schön so jetzt müssen wir uns mal ganz kurz wieder ein paar Ropes machen und zwar viele Ropes und dann äh wat? Wall? ich will keine Wall nein ich will am Boden entlang hallo? hallo? oder kann kann ich das jetzt nicht weil ich keine Fetchs mehr hab wie kann ich denn am Boden bauen? ah schau mal eine an zwei elected der da